Ich habe mir auch was ausgedacht. Ich hab mir einen Stundenplan, der lieber ausgedacht wird. Der fängt schon früh am sieben an und geht bis in die Nacht. Denn nachts gibst du auf jeden Fall mir stündlich einen Kuss Wein. Ich das unbedingt nun mal zum Schlafen haben muss. Zum Schlafen haben muss. Zwischendurch, da will sie dann, wenn es geht, von mir noch mehr. Ja! Doch das steht nicht drin im Plan. Und passt, und passt, und passt, und passt doch nicht hierher. Das Ganze ist kein Telefon und keine Theorie. Du stehst auf einem Stundenplan, mir macht's doch wieder weh. Ich als gute Hausfrau teil mir alles ein. Eier, Speck und Schinken, das muss ja wohl so sein. Ja! Doch bei mir wird Liebe gleichfalls rationiert. Was wird darüber etwa Buch geführt? Ja! Ich hab mir einen Stundenplan, der lieber ausgedacht. Ja! 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 Zwischendurch, da will sie dann, wenn es geht, von mir noch mehr. Doch das schneit nicht drin im Plan Und passt und passt und passt und passt und passt und knippt hier her Das Ganze ist kein Ehremann und keine Theorie Du stehst bei meinen Stundenplan im Machtlos 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 vis-a-vis Herr Dr. Ulrich Hansen, ist es Ihr freier Wille, Fräulein Regine Röders zu ehlichen? Dann sprechen Sie ein lautes und vernehmliches Ja Klar Nicht klar, ja Ja, klar